Obermatt-Ränge sind Signale. Verkehrsampeln geben aber das falsche Bild, denn Verkehrsampeln sind Befehle, man muss etwas Konkretes tun. Das bessere Bild vermittelt das Sturmbarnsignal. Wenn dieses Signal 40 Mal in der Minute leuchtet, dann bedeutet das, ein Sturm kommt auf. Für die meisten auf dem See heisst das, zurück in den sicheren Hafen. Als ich aber jung war und selber gesegelt bin, hieß es für mich genau das Gegenteil. Ich habe meine Segel gehisst, denn endlich war Wind da. Das Sturmbarnsignal ist also kein Befehl, sondern eine Information. Und genauso sind Obermatt-Ränge Informationen über Finanzfakten. Lassen Sie mich das genauer erklären. Gute Value-Ränge bedeutet, dass das Unternehmen günstig ist im Vergleich zur Grösse. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Zukunft dieses Unternehmens gut ist, dann kaufen Sie. Wenn Sie der Meinung sind, dass diese Zukunft etwas schwierig ist, dann sind die guten Value-Ränge vielleicht nur eine Reflexion dieser schwierigen Zukunft. Und Sie entscheiden anders. Bei den Sicherheitsrängen ist es eine Information darüber, wie sicher das Unternehmen finanziert ist. Wenn Sie denken, es kommt ein wirtschaftlicher Abschwung, dann sind Vielschulden ein Problem. Sie wollen also Unternehmen kaufen mit hohen Sicherheitsrängen. Wenn Sie aber der Meinung sind, dieses Unternehmen wird wachsen und viel Profit generieren in der Zukunft, dann helfen Vielschulden, weil Sie kriegen einen grösseren Teil als Gewinn für sich selbst zurück. Sie entscheiden also anders. Und bei den Wachstumsrängen handelt es sich um eine Vergangenheitsinformation. Sie sagen Ihnen nur aus, was in der Vergangenheit passiert ist und das heisst noch lange nicht, dass es in der Zukunft gleich sein wird. Opermat-Ränge sind also nur Signale und Sie müssen selbst entscheiden, wie Sie diese Signale interpretieren. Was bedeutet das nun für mich? Ränge kann ich sehr gut filtern. Wenn ich eine Top-Ten-Liste verwende, die gute Ränge hat, habe ich eine grössere Chance, eine günstige Aktie zu identifizieren und von der anschließenden Rendite zu profitieren. Ränge sind auch einfach. Sie machen die recht komplizierten Finanzinformationen eines Unternehmens verdaubar. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich die Zahlen richtig verstanden habe. Denn die Ränge helfen mir. Verwenden Sie die Ränge aber nicht zum Traden, also nicht zum häufigen Kaufen und Verkaufen von Aktien. Denn die Ränge sind langfristig. Und das häufige Handeln mit Aktien ist oft ein Fehler und kostspielig. Ich verkaufe meine Aktien nur dann, wenn ich das Geld brauche. Denn Obermatt-Ränge sind Signale und keine Empfehlungen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF und 2019 Untertitelung des ZDF, 2020